So, da sind wir wieder zurück bei Cryo4, letztes Mal habe ich leider die U-Bahn gerade ein bisschen verpasst und jetzt mussten wir hier neu laden und weil unser Handy nicht mehr funktioniert, versuche ich mal folgendes, mal gucken, ob das funktioniert, auf Slot 2 haben wir jetzt das Handy, kann ich das einfach da hinpacken, das müsste doch gehen, ne, huch, so, wenn ich jetzt so mache, super, das geht, okay, und jetzt hier runter und dann bin ich mal gespannt, ich habe ein bisschen die Befürchtung, wir werden uns in der U-Bahn hoffnungslos verirren, verirren, ich will nicht durch die Dunkelheit laufen die ganze Zeit, okay, so, hier waren Sackgassen, wenn ich mich recht hinsinne und hier können wir einfach durch, hier ist Leiter, was ist noch auf der anderen Seite, da haben wir noch gar nicht geguckt, glaube ich, ah, und noch eine Sackgasse, das ist ja schon mal gut, so, kann ich jetzt die Flair einfach, gut, oh man, oh man, oh man, oh man, also die haben wirklich viele, viele Sachen in die Mod eingebaut, muss man einfach mal sagen, auch das mit der Flair, dass die so abgezählt sind, einerseits und andererseits, upsah, und andererseits, dass man die Flairs, äh, nur benutzen kann, beziehungsweise nicht mehr benutzen kann, wenn man Treppen steigt und so weiter, Leitern meine ich, Boah, kurz verschnaufen, du, ich würde jetzt eigentlich gerne aus Prinzip da hinten lang laufen, aber ich glaube, da blüht uns das ähnliche Schicksal wie da, wir gehen einfach mal nach oben, hin, es nimmt da Leiter hoch und die nimmt kein Ende, oh, das ist Ende, Boah, diese Buschmusik, die muss nicht sein! Die muss nicht sein! Und schon wieder eine Leiter hoch, Meine Hände tun schon sehr, 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 sehr weh! Huah! Okay. Hier war der Ventilator, hier aber noch ein Flair, das nehmen wir mit. So, und hier hat man jetzt diese Dinger. Hallo? Okay, da kommen wir nicht durch, kommen wir... Hier kommen wir durch. Eine Tür! Und ein Blatt! Unlocked Bookpage! Ciao-To-Unlock-Secret-Items, wie man geheime Gegenstände... ...unlockt, äh, also nicht unlockt, sondern ähm... ...aktiviert sozusagen. Freischaltet, freischaltet! Ah, noch eine Flair, sehr gut! Ich hoffe ja, wir können den Rest des Spiels dann auch wieder ohne Flair durchgehen. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Huah! Viel Rallala! Ach, Gott sei Dank! Oh nein! Ich will jetzt hier nicht durch so... Ein Tonbandgerät! Ein Tonbandgerät! Ein Tonbandgerät! Und eine Flair! Speichern! Und zwar hier! Jetzt haben wir die ganzen alten Spielstände überspeichert! Boah, diese Flair ist so laut! Uhhh! Alter, ich muss doch darauf nicht balancieren, oder? Ich muss doch darauf nicht... Alter, das ist nicht euer Ernst! Das kann nicht euer Ernst sein! Uhhhhhh! Mami! Scheiße! Ich häng' grad in 1000 Metern Höhe und muss... Bitte sagt, dass jetzt eine Flair entzündet?! Ja, Gott sei Dank. Okay, aber wie kommen wir da hin? Kann ich da, komme ich nicht drauf. Da komme ich auch nicht drauf. Ich müsste eigentlich hier, wenn ich da runter springe, komme ich auch nirgends mehr drauf. Ich müsste eigentlich auf das Ding, auf das Ding, aber dann komme ich da nicht mehr rüber. Und da kann ich auch nicht hoch springen, oder? Ne, da komme ich nicht hoch. Uah! Okay, ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wie. Ich fürchte, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ach, du Scheiße. Boah, okay. Geronimo! Ich hasse diese Jump'n'Run-Einlagen. Ey, ich hasse die so sehr. Vor allem bei diesen 3D-Spielen. Und vor allen Dingen, wenn man bei jedem falschen Schritt stirbt. Ich hoffe, wir kommen da hinten hoch. Gott sei Dank. Okay. Huah! Alter, jetzt renn doch nicht! Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ja, 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 jetzt geh rein, geh rein. Ja, 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 Gott sei Dank. Ich höre was. Alter, und vor allen Dingen, das Tonbandgerät ist vor dem Ladepunkt. Bitte kein Kettensägen, Mann! Bitte kein Kettensägen, Mann! Alter! Alter! Alter, was bist du denn? Alter, ich seh'n nichts! Mach an! Mach an! Alter! Was ist das denn? Das ist noch ein Flair. Ach, das ist aber schon... Boah, Alter, ey! Ich schwitze hier Rotz und Wasser und Blut und Urin... Oh! Nachladen! Nachladen! Boah! Alter! Alter! Achso, erst nachladen! Aber wenn noch Kugeln drin waren... Wenn noch Kugeln drin waren, wie sagt er nicht geschossen? Huh! Ach, Mann, jetzt wirf doch nicht immer! Jetzt wirf doch die Scheiße nicht immer! Ich will doch das Jump'n'Run nicht wieder machen! Alter! Alter! Diese Geräusche! Macht mich wahnsinnig! Alter! Bloß raus hier aus dem Affenpuff hier! Nein! Ach, Scheiße! Unsere einzige Flair, die wir noch haben... Oh! Schlimmstenfalls müssen wir echt nochmal laden und das Jump'n'Run nochmal machen. Das lebt doch noch! Egal, was es ist, es lebt noch! Was ist das? Was ist das? Ach, das ist ein... Eine angefressene Katze ist das! Alter! Ach, du Scheiße! Bitte kein Boss jetzt! Bitte kein Boss! Bitte kein Boss! Bitte kein Boss jetzt! Bitte kein Boss! Bitte kein Boss! Bitte kein Boss jetzt! Bitte kein Boss! Oh mann, 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 oh mann. Die letzte Flair, wir haben nur noch eine einzige Flair. Da liegt ein Tonbandgerät. Ich benutze die Flair jetzt mal nicht. Hallo, wieso gehe ich denn so langsam? Ich krieche noch die ganze Zeit. Okay, ich überspeichere nicht den Spielstand, weil wir haben zu viele Flares verbraten. Dann lieber Saxon Avenue überspeichern. Und notfalls die ganze Scheiße normal machen. Okay. Ich mach das eben an. Und guck nochmal schnell hier. Schnell vor allen Dingen. Ich guck nochmal schnell hier. Okay, wir müssen also auf die Gleise. Und eine U-Bahn wird hier wahrscheinlich auch nicht kommen, wie es aussieht. Ach, davon hat sich, davon haben sich die Gitter geöffnet. Normalerweise dürfte ja keine U-Bahn kommen, einfach aus dem Grunde. Weil die Strecke ja gesperrt... Ha! Willst du mich verarschen? Die Strecke ist gesperrt! Alter! Du fährst doch keine U-Bahn da, wo gerade noch Rollgitter waren. Du scheiß Verarschungsgame. Mann. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist alles gar nicht real hier. So, ich bin jetzt mutig. Hallo? Ach, da. Okay, ich speichere nochmal ab unter den Spielstand und dann... Alter, das mit der U-Bahn ist ja... Aber das ist ja wohl ein Hohn! Ein Hohn ist das! Ein Hohn! So, jetzt gehen da vorne nämlich die Gitter auf. Hier nicht mal. Weißt du, von hier kommt gar keine U-Bahn. Trotzdem war die da. Die nimmt einfach das Ding mit. Hihi! Komm noch, komm noch! Die ist da hinten durchs Gitter gefahren. Willst du mich really? Ich meine, das ist doch wohl ein Witz. Gibt es hier unter vielleicht noch irgendwas? Ach ja, guck mal da. Okay, pass auf. Ich speichere... Ach, Mann. Ich speichere jetzt nochmal, aber nur, weil ich die Flare sonst vergesse. Und wir werden jede einzelne bestimmt noch brauchen. Und ich ärgere mich, dass wir so viele verbraten haben. Ach, jetzt steht die da? Aha. Oder...